In SOLIDWORKS Routing gibt es zwei verschiedene Arten von Leitungsführungskomponenten. Es unterscheidet sich eigentlich im Wesentlichen dann dadurch, dass einmal die Leitung von der Position der Komponente abhängig ist und bei der zweiten Variante ist die Komponente selbst von der Leitung wiederum abhängig. Ich zeige einfach mal beide Möglichkeiten her, dass Sie da einen Überblick bekommen und sich das ein bisschen besser vorstellen können. Ich habe dazu ein einfaches Beispiel wiederum aufgemacht, wo ich auf der oberen Platte mehrere Bohrungen habe und bei einer Bohrung wurde schon im Vorhinein eine solche Leitungsführungskomponente platziert. Wenn man sich diese Komponente näher anschaut, dann erkennt man, dass die anstatt eines Anschlusspunktes zwei Leitungspunkte besitzt und das ist maßgeblich dafür, dass die Leitung dann auch nicht getrennt wird, sodass quasi die Leitung wirklich als gesamtes Rohr durchgeht. Man kann natürlich mit dem Routing-Library-Manager zum Beispiel diese einzelnen Punkte noch bearbeiten oder die erforderlichen Sachen noch einmal durchgehen. Ich habe dazu einmal diesen Routing-Library-Manager im Hintergrund geladen. Hier finden Sie auf dem ersten Tab die Möglichkeit solche Leitungsführungskomponenten zu definieren. Ich sage einmal hier, er soll für ein Rohrsystem eine Komponente generieren. Gehe dann gleich weiter auf den Punkt, wo haben wir sie, Halterung. Da kann man hier kurz hervorschauen. Und dann startet eigentlich auch schon der Assistent. Wichtig ist, dass im Hintergrund natürlich eine Komponente offen ist, an die er sich orientieren kann. Und da sieht man jetzt auch, dass zum Beispiel die zwei Leitungspunkte natürlich schon vorhanden sind. Mit einem Klick auf Bearbeiten kann ich hier nochmal den Punkt selektieren und er startet mir dann im Solidworks die Bearbeitung. Man kann hier keine Auswahl treffen. Diese Leitungspunkte, die hier drinnen sind, die besagen einfach nur von wo nach wo die Leitung geleitet werden soll und beinhaltet keine Nennweiten oder Durchmesser und dergleichen, wie man es vom Anschlusspunkt her kennt. Der nächste Schritt wäre dann nach den Leitungspunkten die einzelnen Achsen. Sie kennen wahrscheinlich die Klippachse. Das ist dann die Achse, entlang derer die Leitung dann geführt wird mit einem geraden Segment. Und es gibt die Rotationsachse. Nochmal zur Erinnerung, mit der Rotationsachse kann man dann mit der Kombination Hochschalttaste und links-rechts Cursortasten diesen Teil drehen. Wichtig ist dazu, und auch das sehen Sie im Hintergrund im Solidworks, dass der Name dieses Features Rotationsachse oder auch Rotation Axis genannt wird. Ansonsten funktioniert dieser Automatismus nicht. Dann wieder, der nächste Schritt wäre dann zu guter Letzt auch das Hinzufügen von einer Verknüpfungsreferenz. Das erleichtert dann natürlich auch das Platzieren dieser Komponente. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn man solche Führungskomponenten in eine offene Leitung einfügt, die jetzt gerade bearbeitet wird, dann sollte man auf jeden Fall diese Verknüpfungsreferenz verwenden, weil ansonsten das Positionieren in der offenen 3D-Skizze sehr, sehr schwierig wird. Also auf jeden Fall daran denken, hier eine Verknüpfungsreferenz hinzuzufügen. Die letzten Schritte sind eigentlich optional. Da kann ich nochmal auf Weiter klicken. Das Modell ist eigentlich damit fertig. Man kann natürlich mehrere Konfigurationen erstellen, damit man dann auch die Größen anpassen kann. Das werde ich jetzt in dem Fall nicht machen und keine Tabelle generieren. Und der letzte Schritt ist dann, dass er das Ganze abspeichert. Auch da sollte man sich das Ganze etwas strukturell aufbauen, indem man zum Beispiel einen Ordner anlegt mit den Namen, Unterstützungen, so wie es ich auch getan habe, wo ich dann alle Daten ablegen kann, die erstellt worden sind. Ich breche das an der Stelle ab. Dadurch, dass die Komponente schon zugefügt worden ist, brauche ich diese Punkte nicht. Und wechsle wieder in SOLIDWORKS. Starten wir jetzt nochmal eine Leitung, um da die unterschiedlichen Verhalten zu sehen und wie solche Supports oder Unterstützungen einfügen kann. Ich lade mir dazu hier meine Flansche. Ziehe mir zunächst mal einen hier auf das obere Rohr. Ein 3-Zoll-Rohr. Und starte dann die Leitung. Diese Leitung soll hier bis nach unten geführt werden, zum zweiten Behälter. Darum platziere ich gleich unten den zweiten Flansch. Ich kann jetzt natürlich, dadurch, dass ich mich in der Leitung befinde, nur relativ schwer neue Teile verknüpfen. Also Sie sehen es vielleicht unschwer auch hier oben an der Symbolleiste. Diese Verknüpfungen sind alle ausgegraut, also man kann da jetzt nicht sehr umfangreich navigieren. Aus dem Grund habe ich vorher schon noch erwähnt, dass es wichtig ist, die einzelnen Verknüpfungsreferenzen zu platzieren. Das heißt, ich wechsle jetzt wieder in meinen Unterstützungsordner. Hier habe ich diese Riser Clamp von vorhin. Die kann ich jetzt per Drag & Drop hineinziehen und die wird genau positioniert auf der Bohrung. Mit der Hochstelltaste und Links-Rechts-Tasten drehe ich das Ganze jetzt noch auf 90 Grad hin, lasse dann die Maustaste los und damit wird das Teil richtig eingebaut. Und damit ist es auch fixiert. Als nächstes kommt die Leitungsführung zu dieser Komponente. Das heißt, ich gehe dazu in diese automatische Leitungserstellung, die ich mir hier in das Shortcut-Menü gemappt habe, klicke dann den Punkt an, dann haben wir hier innen eine Achse, die ich verwenden kann für diese Leitungsführung und SolidWorks startet hier von A nach B eine Leitung. Kann man hier durchwechseln. Das ist eigentlich die simpelste Möglichkeit, die behalte ich jetzt auch bei. Und wie ich vorhin erwähnt habe, wird bei diesem Leitungspunkt die Achse übernommen in eine normale Skizze und dadurch verlängert er mir auch dieses Rohr. Also Sie können dann nachträglich diesen Punkt nach unten schieben, wie bei jedem übernommenen Skizze. Sie sehen auch, dass die Linie trotzdem voll definiert bleibt. Also er hat hier definitiv eine Referenz auf diese Unterstützung hinzugefügt und ich kann von unten dann jederzeit wieder eine neue automatische Leitungsführung starten. Ich setze hier vorhin allerdings noch einen Abstand zu der Oberfläche quasi von diesem Blech mit 0,5 Meter. Jetzt setze ich die Leitungsführung fort, gehe von dem Endpunkt zu dem offenen Endpunkt meines unteren Flanges und werde auch da nochmal kurz die automatischen Leitungsoptionen durchklicken, um mir da die beste Variante rauszusuchen. Nehmen wir die hier. Damit ist das Maß hinfällig geworden, kann man somit auch entfernen. Nicht abschrecken lassen durch diesen Endpunkt, es wird im Hintergrund eine Mittellinie konstruiert und dieser Endpunkt stammt von dieser Mittellinie. Wichtig ist nur, dass Sie sehen können, dass diese Leitung durchgehend ist und nicht hier in der Mitte von dem Unterstützungsprofil irgendwie unterteilt wird oder getrennt wird. Damit kann ich eigentlich die Leitung auch schon fertigstellen. Es wird hier unten sicherlich die Aufforderung kommen, den 30-Grad-Bogen auch einzugeben. Für den 90-Grad-Bögen nehme ich das genormte Element mit 3 Zoll, Schedule 40. Und genau hier haben wir schon den nächsten Punkt. Hier verlangt er jetzt für die 30 Grad im Hintergrund, verlangt er jetzt hier eine Definition. Hier hinten. Ich sage mir jetzt, er soll quasi einen Zuschnitt erstellen. Er soll das automatisch generieren. Also benutzerdefinierter Rohrbogen auf Basis des 45-Grad-Rohrbogens. Diese Auswahl hier, die erscheint, weil sich SOLIDWORKS aus diesem Routing-Pfad diesen Compound-Elbow heraussucht. Und dieser Compound-Elbow, der lässt quasi eine Anpassung zu. Das hängt wiederum von den verwendeten Skizzen-Namen und Bemaßungsnamen ab, ob er das tun kann oder nicht. Also wenn Sie da mehr Informationen brauchen, die Hilfe zeigt Ihnen, wie das funktioniert beziehungsweise im Handbuch steht es ebenfalls. Mit OK bestätige ich jetzt diese Anpassung dieses Rohrbogens. Und warte, bis er mir die fertige Leitung präsentiert. Hier haben wir sie. Und ich zeige Ihnen jetzt hier noch, wie Sie jetzt Änderungen machen können. Diese Komponent befindet sich ja in der Unterbaugruppe der Leitung, weil wir sie während des Skizzenbefehls eingefügt haben. Und Sie sehen hier im Feature-Baum, dass diese Komponente zwei Verknüpfungen natürlich hat, durch die Verknüpfungsreferenz, einmal die konzentrisch und einmal die deckungsgleich. Und wenn Sie mit der rechten Maustaste die konzentrisch Verknüpfung selektieren, können Sie die einzelnen Elemente ersetzen und können so ohne Probleme zum Beispiel die konzentrische Fläche der Platte ersetzen mit einer neuen Bohrung. Ich zoome wieder etwas näher heraus, bestätige damit OK und es wird dann die Leitung neu aufgebaut, sodass quasi keine Fehlermeldungen in der Rohrleitungskizze auftauchen. Jetzt probieren wir dasselbe noch mit dem zweiten Element, was sich hier oben befindet. Ich steige dadurch wieder in die Leitung ein mit Leitung bearbeiten. Trenne mir jetzt die Leitung mit einem T-Stück hier unten auf. Nehme hier zum Beispiel jetzt das Straight T-Inch. Auch hier mit der Shift-Taste, Hochstelltaste und den Cursor-Tasten lässt sich das Teil drehen wie bei der vorherigen Komponente. Breche das Einfügen von neuen Komponenten ab mit Escape und versuche jetzt hier dasselbe wie vorhin, indem ich wieder mit der automatischen Leitungsführung vom Punkt bis zur Achse eine Leitung einfüge. In diesem Fall blockiert SolidWorks die Auswahl, weil sich diese Komponente nicht in der Leitungsbaugruppe befindet. Man kann dieses Problem allerdings umgehen, indem Sie manuell den Weg vorskizzieren und nachträglich eine Beziehung in dieser 3D-Skizze vergeben. So ist es dann auch möglich, problemlos durch solche Komponenten die Leitung durchzuführen. Nehme die Clip-Achse mit der Steuerungstaste die Linie unserer Co-Linear, damit die Leitung hier genau durchgeht. Beende die Skizze, damit auch diese Leitung neu erstellt wird. Verlasse auch hier die Baugruppe und ich zeige Ihnen hier jetzt auch noch, wie es sich verhält, wenn man jetzt so eine Komponente neu platzieren will. Es gibt da nämlich einen kleinen, feinen Unterschied zu der vorherigen Strategie. Klappe nochmal den Feature-Baum zu. Zwar der größte Unterschied zu vorhin ist jetzt dieser, dass wir die Halterung auf der ersten Ebene unserer Baugruppe haben und nicht mehr so wie vorhin in der Unterbaugruppe drinnen haben. Und das verhindert jetzt genau diese Ease of Use, dass wir einfach sagen können, Verknüpfungselemente ersetzen und neu aufbauen, sondern Sie werden gleich sehen, wenn ich jetzt hier die Konzentrisch-Verknüpfung ersetze und auch hier die Fläche dieser Grundplatte auf die Bohrung neben Ansätze wird mit einem Klick auf OK nicht diese Leitung neu aufgebaut, weil dieses Informationsgehalt fehlt. Der ist nur in der Skizze vorhanden und dadurch muss der User die Leitung nochmal bearbeiten und damit springt dann erst diese Leitung auf die neue Position der Haltevorrichtung. Das ist der wesentlichste Unterschied, der aber wichtig ist zu wissen, weil man das berücksichtigen muss bei der Änderung von derartigen Referenzen. Das liegt dann einfach daran, dass eben diese Komponente außerhalb liegt und nicht in der Leitungsbaugruppe vorhanden ist. Möchten Sie eine Komponente hinzufügen, die automatisch mitwandert und nicht die Skizze steuert, dann fügen Sie diese am besten direkt in die Baugruppe der gewünschten Ebene hinzufügen, fügen diese ein und verknüpfen die so. dass die Orientierungen an der Leitung vorhanden sind. Das heißt, in meinem Fall verknüpfe ich diese Rotationsachse mit der Skizze. richte das Ganze jetzt noch parallel aus und passe dann in meinem Fall noch die Länge an. So, das war es auch schon wieder. Ich hoffe, dieses Video hilft euch beim Einfügen solcher Komponenten, um Fehler zu vermeiden. Um nochmal hervorzuheben, der wichtigste Unterschied ist wahrscheinlich der, dass man aufpassen muss, auf welcher Ebene man diese einzelnen Halteverrichtungen hinzufügt, dass es nicht aus Versehen passieren kann, dass diese Halteverrichtung in der falschen Ebene ist. Das Einfachste ist also, wie gesagt, eine Verknüpfungsreferenz in diesen Teilen zu hinterlegen und diese dann während des Skizzierens einzubauen. Das Einfachste ist also,